So, rantorun.ch ist wieder zurück nach 4 Stunden Marsch mit meinem Rant und dann mit meinen zwei Hunden. Meine Wenigkeit Marky Mark kommt euch noch mal ein bisschen näher, als ich vorher etwas vergessen habe. Passiert mir nicht viel, heute ist es mir passiert. Was soll es? Ich gebe alles. Also, nochmal schon zurück. Neu, 50cc, ab 18 Uhr. Dürfen ihr den fahren? Kein Problem, ein L ist dran, natürlich Fahrzeuge eingelöst. Wie buchen ihr den? Ah, Facebook, Schrägstrich, Motorradmiete, Rentner, Rantorun, schwarzes Zeichen, weisses Symbol, unten steht www.rentorun.ch, das findet sogar ein. Spass, ich habe noch lange gebraucht, ich habe es gefunden. Nein, sage ich. Halbtags 19 Franken für die, die noch in der Lehre sind. Hey, ganz tags 29 Franken, Kilometer unbegrenzt. Beispiel, morgen um 6 Uhr, Zug verpasst, LAP-Prüfung, Sommer kommt, was macht ihr? Bis um 10 Uhr könnt ihr euch bei uns melden. Hey, Miete! Ihr könnt via Facebook, ihr könnt auch auf rant-ner-at-gmx.ch, wenn ihr kein Facebook habt, wenn ihr auch sonst keine Möglichkeiten habt, auf die Webseite zu gehen, schreibt mich an. Ja, ihr kommt dann rüber. Bis um 10 ist Miete, Halbtagesmiete könnt ihr auch von 13 Uhr bis 22 Uhr. Am 22 Uhr muss das schöne, was heisst das schöne, der beste Roller an der Zeit, mal eine gute Rarität, kommt mir nicht mehr rüber. Schöne Norange, dass ihr euch seht, schönen Aufdruck. www.rentorun.ch könnt ihr mieten. Noch mal schnell, was ich vergessen habe. Wie jetzt da, das habe ich heute Morgen nicht ganz richtig formuliert. Wir verkaufen nicht Videos, wie ihr es früher gesehen habt, das, was von der CD kam. Wir erstellen Verkaufsvideos, zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, hinter mir, seht ihr, ja, machen wir Werbung, stillschweigend. Konolfinger, Berner, ich als typischer Berner, vor allem als Emmentaler, wohne da seit Jahren, wunderschön, gefällt mir. Die Leute lassen mich in Ruhe, nicht am Morgen, wie das Zürich im HB ist, immer der Erste und der Beste sein. Spass zu suchen, nehmen es mir nicht übel, ist aber leider so, ich habe einen Hofladen. Ich will den bekannt machen. Hey, meldet euch bei mir. Facebook www.rentorun.ch Schreibt an, Angebote, unten könnt ihr auf der letzten Seite sogar Nachrichten schreiben. Meldet euch, ich komme zu euch, es kostet nichts. Es kostet nichts. Ich komme euch bekannt machen. Ich stelle ein Video, ich stelle ihn in YouTube, schicke euch den Link per Mail. Ich stelle ihn auf Facebook und so machen wir uns, ihr und auch mir vom Team Rantner. Wir sind da einige Leute natürlich, braucht zwar hinter mir, es kann ja nicht reich sein. Eben Rantner, meine Hunde, auf der rechten Seite, ich weiss nicht, ob sie sehen. Egal, kommt. Wir haben zur Zeit 170 Likes, uns gibt es in drei Wochen, drei Wochen und paar Stunden. Klar, wir brauchen mehr, wir werden auch mehr arbeiten. Desto mehr Likes, desto schneller, bekannter, desto besser für euch. Ich wünsche euch jetzt, melde mich ab, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich. Marky Mark, mein Name, genau, der Schauspieler. Der ist es, nein ist es nicht. Ich wünsche, tschüss zusammen. Ich wünsche dir, ich mit dem Moment? Ich wünsche dir.